Im Bild Wolf spielt gegen Reinhard Steinbrecher, Zürich, im Unteraspach. Zu Ehren des Geburtstages von Jan-Obel Waldner, dem größten aller Zeiten, am 3. Oktober. Traditionell das Kitzinger Turnier, die Kitzinger Stadtmeisterschaften vom TV Etwashausen, ausgerichtet. Eben verkürzt auf 1 zu 2 aus Sicht von Steinbrecher. Mal sehen, wie das weitergeht. Eben verkürzt auf 1 zu 3. Oktober. Eben verkürzt auf 1 zu 3. Oktober. Eben verkürzt auf 1 zu 3. Oktober. Vielen Dank. 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 11, 8, das Ende hat man ja gesehen. Und es ist glücklich hier, aber auch heute schlecht.